Yo, ihr wisst wer es ist, I go by the name of MC Smoke Und ja, ich nehme hier gerade den offiziellen Shisha Remix auf Ihr kennt Shisha, bitte gebt mir die Shisha Der Remix coming soon Ich bin hier gerade am Recorden, wie man sehen kann Hier mein Mic Und ja, ich möchte eine Ankündigung machen Am 17.09. bin ich im MTC in Köln Beim Moneyboy Konzert Ich mache da ein bisschen die Vorgruppe Sozusagen Und dann irgendwann spielen Moneyboy und ich zusammen Cola mit Eis Und das wird dann wohl eines der größten Hip-Hop Momente in Deutschland aller Zeiten, denke ich Wenn die beiden Cola Kings auf die Bühne gehen Und zum ersten Mal, zum Muttergefickt ersten Mal Cola mit Eis Live gemeinsam auf der Bühne spielen Das wird groß History wird es, History in the Making Und ja, History in the Making Wie der Name schon sagt Es ist in the Making Wir machen hier die Tracks Ich bin hier am Recorden Shisha Remix, wie ich gerade schon erwähnt habe Mein Mixtape I invented the German Remix Kommt auch bald raus Und ja, freut euch auf den Track Ehrenmann Freut euch auf Grind mit Delfin Kommt alle nach Köln Dort kann man dann auch die schönen T-Shirts hier kaufen Cola mit Eis T-Shirts Aber wenn ihr jetzt nicht nach Köln kommt Könnt ihr die auch im MC Smoke Shop auf MC Smoke dot di slash shop holen Oder mich privat bei Facebook anschreiben Okay, ich recorde jetzt weiter Bis dann, wir sehen uns Peace 1 2 3 1 1 2 3 Vielen Dank.